dieser mercedes benz e 200 steht hier zum verkauf fünf personen haben in den schwarzen fünftürer platz der kilometerstand des autos liegt bei unter 14.000 km die erstanmeldung war mitte 2014 die limousine verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer navigationssystem einparkhilfe bluetooth und noch vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 184 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,1 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr und